4 0 7 3 4 0 7 3 40 73 was ist denn ich weiß es nicht ich glaube die kommen nicht wird das naja haben sich wohl auch versteckt wohl willkommen zurück ich werde nicht verlieren ich werde nicht verlieren wo hast du denn geplantet bei mir die waren hier auch nicht oh gott ey ne der kam dann auch vom spawn der war afk ach der scheiß plan war weil die seite doch frei war da dachte ich ich gehe nicht auf die andere aber gut ich kann die bombe halt nicht doch du hättest dich doch da hinten stehen können hallo ja ich stand da da ne du standst auf der anderen seite ne ich stand doch da hinten nur weil du nen Bart hast bist du nicht weise für sich für sich er da 91 er ist nicht low woher ist woher ist hola it's gone wer ist das mach dir du hier hallo ja wann kommst du nun morgen wann ich morgen komm ja wann kommst du morgen ja ich hab gehört du schläfst beim farber in dem bett ähm ich hab angst weil du sagst ich soll im wohnzimmer auf der couch schlafen weil der michi ja äh bedschlägt na össert aber ich will einfach nur der dass du bei ihm im bedschlägst smoke hä nein da ist schon ein smoke ne um hinter uns was ist denn hinter uns äh ähm rampe jetzt Loch geht einmal außen rum rampe jetzt Loch ja der ist hier einmal rumgerannt ah noch nur rum nach ne um ja mich auch ein bisschen da morgen da kommt er jetzt doch gar nicht der ist weg warum sagst du mir den nicht an ja wusste ich nicht warum sagst du dann rechts ja da war er ich weiß ja warum schießt du nicht ab warum sagst du ihn nicht an man ich sag an du sagst aus wow wow ich will das gleich schenken Eine Rampe? Noch eine Rampe? An der Brücke? Juuu. Der andere war da auch. Oh ne! Mann, er steht im Weg! Phantom Steps! Was ist der Hitlerprosch? Schießt es schlitzig, hinters Auto zu gehen? Nein, er steht da... Hast du nicht zugehört? Ich habe Phantom Steps gehört. Das heißt ja nicht, dass du nicht in das Auto gehen kannst. Ja doch. Ich hätte doch einen viel besseren Winkel so. Für die Steps, die ich gehört habe. Das Feuer hat mich überhaupt nicht verwirrt. Ich habe mich keinmal getroffen aus drei Meter Entfernung. Fabian, schreib mir dann wo ich hinkommen muss morgen. Ja und warte. Ja. Alles klar. In WhatsApp einfach. Alles klar. Jo super, das wird toll. Warum macht er sowas? Der ärgert. Ich habe links. Achtung! Nö! Oh, ich brenne. Adi, warum willst du denn nicht? Da ist brennen. Da ist doch nichts! Doch, ich habe doch links gesagt! Ich habe doch links gesagt! Hä? Nach rechts! Ich habe gesagt, ich habe links! Hör mir halt zu! Warum gehst du da rechts nicht vorbei? Ich habe doch nach links geguckt! Ja, aber warum gehst du da rechts nicht vorbei? Und was du musst? Ich habe mir doch eine Galil gekauft! Und jetzt hast du keinen... keinen... Effler oder was? Ja! Oder links! Ja, ich gehe jetzt hier rein! Da steht er! Oh Gott, morgen bin ich nicht leid. Weiß ich nicht. Doch, kann sein. Nachmittags vielleicht. Ach... Oh, 026! Ups! Ach man! Er geht halt ran! Er geht ran an den Speck! Warum tötest du den nicht einfach? Ich war schon tot! Hallo! Davor! Raffst du was? Davor! Raffst du was? Davor! Schießt du mich nicht! Davor! Vielleicht kommt der mich ja wirklich! Das wäre ja lustig! Macht er eh nicht! Uh, doch! Hallo, hinter dir! Ja! 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 Geh ich jetzt hinter denen! WAAA! BAA! 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 Halt den Kill! Was soll'n das? Grad ehemals sich noch beschwert. 3 und 3. Und dann nimmt er den einfach. Du sagst mir demnächst, ob ich schießen darf, ja? Du sagst... Die, die gehören! Dann mal sie vorher an, welche dir gehören. Weiß ich Bescheid. Ja, schmeiß da dein Feuer hin. Lass die kommen. Gibt er mir nen Headshot? Gibt er mir nen Headshot? Gibt er mir auch da? Nein, ich. Ich vermute mal. Ich seh den. Da! Haha! Fuck you! Aber ich hab ihm glaub ich in den Kopf geschlossen. Bester Spieler. Da steht's. Lumilov. Bester Spieler. Let's go! Hm... So, wie geht das hier? Oh! Oh! Wow! Ah! Schießt du mich nicht in deinen Kopf? Kommt ab. Geworben. Gut gemacht. Ah! Wichtige Nachricht! Oh lol, hier kann man hoch. Ähm... Da hat ich auf dem Balkon liegen! Warum stirbt der denn nicht? Du hattest nichts an... du hattest nichts an. Little Little Gabi. Ist doch... ist auch ganz egal wie du heißt. Lecker. Gewürchen Ball Decker. Kann das sich... Ah, ist gehen die schon nach hause? Oh, hinter uns... Weg, Mann! Ich will gucken. Ich will gucken, gucken, gucken. Immer willst du gucken. Wo die aussehen. Gierige. Oh, der steht irgendwo am Spawn. Ui! Was ist der fucking Spawn, bitte? Mein Herz! Oh, da sagt der Spawn. Ja, im Spawn stand der. Nee, der stand direkt vor mir. Ich will nicht sein können, der Spawn ist groß. Mein Herz! Spionieren. Immer noch ganz Supreme. Nee, 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 die sind alle noch da. Alter, was ist denn das? Schnell verbarrikadieren. Oh, die Gegner werden immer schlechter, das ist ja gut. Das kann man aber nicht mehr so gut lesen. Gewinnen sie sieben Spiele. Das kann man aber nicht mehr so gut lesen. Nichts. Das ist nichts.